so ihr lieben herzlich willkommen bei den gamerfreunden ich möchte euch jetzt gerne mal ein spiel vorstellen was nicht gänzlich neu ist aber ich möchte einfach mal so ein bisschen auch ein update geben wie es da im moment wohl so aussieht und zwar zum open world survival game the day before viele wissen es von euch es ist ja vom setting ähnlich an divisions und divisions 2 zum beispiel angelehnt da sind ja die ähnlichkeiten unverkennbar und ich kann euch gleich an der stelle mal sagen im gegensatz zu anderen previews von spielen wo wir das zwar dann auch weiter verfolgen aber nicht jedes preview von interessanten spielen wird natürlich dann auch mit diesem spiel auf unserem kanal enden weil das einfach zeitlich gar nicht möglich ist aber ich muss ganz ehrlich sagen the day before für mich persönlichen absoluter pflicht titel schon seit er anfang 2020 2022 entschuldigung was glaube ich angeteasert worden ist mit diesen 15 minuten gameplay video und die ganze video spielfachwelt war verblüfft aber natürlich auch skeptisch erster punkt natürlich hier es sollte mitte 2022 rauskommen ist es natürlich nicht hier steht auf steam nach wie vor der erste märz 2023 als offizielles release datum ich bin gespannt ob sie es halten können wenn ihr nach meiner persönlichen meinung fragt dann sage ich mal auch wenn ich es mir wünschen würde ich glaube nicht denn um dieses projekt ist es mir tatsächlich seit mehreren monaten einfach viel zu ruhig und das kann man natürlich positiv sehen und sagen die machen ihren job aber ich weg ja auch interesse und halte die leute eigentlich auf dem laufenden wenn ich so einen vermeintlichen triple a titel sag ich mal in der hinterhand habe das ist nur meine persönliche meinung wir werden sehen wie es kommt aber die day bevor ein unfassbar interessantes spiel ihr seht es jetzt hier ist nach wie vor auch mit dem ersten märz angekündigt und ist natürlich ein sehr sehr interessantes spiel ich hoffe für mein teil dass man pc und konsolen version nicht zeitlich voneinander getrennt veröffentlichen wird denn das würde ich extrem schade finden wenn pc spieler hier content technisch aber auch inhalts technisch hier wieder mal einen zeitlichen vorteil genießen ich würde mich sehr freuen wenn sie das ganze entsprechend auch zusammen releasen das muss man sehen aber dafür muss es erst einmal einen offiziellen release generell geben wir schauen uns jetzt hier einfach mal noch ein paar schöne screenshots an hier seht ihr es übrigens auch das sind so ein paar paar neuere screenshots ihr seht es jetzt hier sogar also sogar vom 9 dezember jetzt müsste ich mein fenster mal so ein bisschen da rüberschieben beziehungsweise ich kann sie auch so rein machen ok und sieht eigentlich schon mal ganz interessant aus wir gehen jetzt mal hier so ein bisschen durch ja hier sieht es sieht man übrigens im hintergrund ich möchte mich fast festlegen sieht schon ja sieht es nach new york aus oder eher nach san francisco die haben ja auch diesen 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 dreiecks tower da gute frage aber man sieht auf jeden fall die us-amerikanische großstadt im hintergrund sieht schon mal sehr nice aus muss ich ganz ehrlich sagen und ja sie haben zumindest hier einmal ein paar updates gemacht das war übrigens genau dieser trailer hier den von dem ich gesprochen habe das war genau dieser trailer der letztes jahr für so viel aufruhr und aufsehen gesorgt hat aber natürlich auch für skepsis mein gott haben viele gleich geschrieben das ist alles bloß ein schöner trailer und nix dahinter andere haben gesagt wow wie geil ich sage aus meiner sicht eigentlich eher zweiteres das sieht mir schon mal sehr sehr interessant aus und wie gesagt bei dem spiel lege ich mich tatsächlich fest wenn das erscheint jetzt mal unabhängig vom genauen datum wann es dann wirklich kommt und wenn es nicht groß qualitativ irgendwas von dem versiebt was man hier eigentlich angedeutet sieht dann wird das für uns ein absoluter pflicht titel auf dem kanal da lege ich mich jetzt einfach mal an der stelle definitiv schon mal fest sehr sehr cool man kann dann auch nur hoffen dass sie es insgesamt dann auch besser pflegen als die division teile wo es ja sehr viel community kritik gibt obwohl ja beide doch etliche jahre am netz waren beziehungsweise ist ja irgendwie noch sind für mich aus der ferne stellt sich das immer so ein bisschen da wie nichts halbes und nichts ganzes aber wie gesagt das ist nur meine meinung dazu das soll erst einmal so ein kleines roundup ein kleines update gewesen sein hier wie gesagt man wird das ganze weiterverfolgen wir auf jeden fall auf dem kanal ich hoffe euch hat das video gefallen und dann sage ich danke schön fürs anschauen und würde mich freuen wenn ihr ein abo da lasst zum kostenlosen support und damit unterstützt ihr uns auch wenn ihr einen daumen da lasst und natürlich auch nette kommentare bis zum nächsten mal leute macht's gut ciao ciao